So, und hier teste ich natürlich für euch die Rennstrecke. Wie ihr hört, ist es ziemlich laut. Es sind richtige Rennwagen angeblich. Und die werde ich natürlich jetzt für euch testen und natürlich die Kamera mit mir führen. Ich hoffe, ihr könnt ein paar Eindrücke dadurch erleben, sehen oder sonst was. Also, habt viel Spaß dabei. Jetzt muss ich mich leider erstmal hier knapp eine Stunde anstellen. Aber für euch mache ich das doch gerne. Bis gleich. So, jetzt sitzen wir in das Fahrzeug. Wollen wir jetzt mal schauen, was passiert. Und jetzt geht's los. Vorne, festhalten. Vorne. So, jetzt gleich kommt die Stelle, wo wir abgeschossen werden. Die Beschleunigung ist heftig. Jetzt kommt noch der Turbo. Jetzt geht's. Also, die Beschleunigung ist richtig. Jetzt messen wir mal den Turbo aus. Ich habe einen Turbo abgeladet. Jetzt fallen Sie den Turbo auf. Jetzt geht's, oh, versandt die Kurve jetzt. Ja, hier wird die Fahrt schneller. Heftiger. Ich hoffe, man kann es auch hier mitnehmen. Jetzt sieht man hier an der Seite, jetzt wird der Turbo-Power aufgeladen, jetzt wird's los. Das ist die Abschusskarte. Und jetzt läuft die Kurve. Auf der Rettstrecke. Mit was für ein Highspeed. Mit dem Motto wurde gemacht. Juhu. Ist das heftig. Und jetzt kommt die Stalko. Juhu. Wir sehen uns. Jetzt mal weiter. Einmal Lächeln. Also, das war die Rettstrecke. Mein Fazit dazu, Lohnswerden. Stellt euch ruhig die Stunde an. Wenn es natürlich weniger ist, habt ihr Glück. Aber es macht auf jeden Fall richtig Spaß.